Baujahr 1988 Mit der Nummer 265, Axio Achim Schulz Hier fährt ein Aston Martin V8 Volante S1 Baujahr 1979 Mit der Nummer 272, Gerd und Michaela Mensch Sie fahren in diesem Jahr einen Jaguar XJ SC V12 1986 Und hier die obligate Frage, Michaela Hast du George Clooney in Alte schon gesehen? Sie hat ihn wieder gesehen, unglaublich Michaela, die glückliche Frau Sie trifft jedes Jahr am British Pacific Car Meeting George Clooney 278, Rollfader Er fährt einen Rolls-Royce Silver Spirit Baujahr 1988 Mit der Nummer 274, Nikolas Hewitt Er fährt einen Aston Martin V8 Volante Baujahr 1987 Die Nummer 275, Peter Hug Er fährt einen Aston Martin V8 Volante Baujahr 1987 Peter Hug vom Sponsor Aston Martin Herzlich Willkommen Von Rot Er fährt einen Aston Martin V8 Volante Untertitelung des ZDF für funk, 2017